Hallo von Serra.com. Ich wollte euch in einem kurzen Video zeigen, wie ich meinen Nudelsalat zubereite und serviere. In schnellen Schritten zeige ich euch, was ich alles da reingebe. Wenn euch das Video gefällt, ein Like würde uns freuen und falls ihr Fragen habt, schreibt das bitte in die Kommentare. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich benutze für meinen Nudelsalat, der ungefähr für drei bis vier Portionen ist, 100 Gramm Gabelspaghetti, 1 Esslöffel gerastelte und eingelegte Karotten, eine Gewürzgurke, eine halbe kleine rote Paprika, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Dill und 2 Esslöffel tiefgefrorene Erbsen, die ich zum Schluss zum Nudelwasser hinzugebe und für 1 bis 2 Minuten mitkoche. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020